dazu ein mikrofon mit dem nächsten auftrag von dieser woche 6 und zwar müsst ihr jetzt boote zerstören nicht motorboote sondern boote das macht ihr am besten bei wie heißt es dirty dogs da geht ihr links hoch zu dieser landzunge und da habt ihr direkt sieben boote und habt die challenge direkt fertig hier landen keine gegner wahrscheinlich hier habt ihr ruhe hier könnt ihr eben die sieben boote zerstören und seid mit der challenge fertig das ganze könnt ihr natürlich auch wenn ihr ein bisschen mehr action braucht auf craggy cliffs machen dort einfach am strand landen und da seht ihr schon einige boote beziehungsweise hängen auch noch ein paar an den gebäuden an der wand ich hoffe ihr macht lieber den ersten trick weil das ist schneller und auch sicherer für euch ansonsten könnt ihr hier landen hier habt ihr gewisse action hier müsst euch um die boote kloppen mit anderen spielern ich würde es nicht empfehlen aber es ist auch ein guter ort um die challenge zu machen auch hier das große schiff zählt was ich hier gerade am rand gehabt habe das blaue und dann haut ihr einfach die schiffe kaputt hier müsst ihr ein bisschen auf die suche gehen aber hier habt ihr schon vier stück am strand gefunden beziehungsweise fünf stück und dann sollte das alles auch eigentlich ganz gut über die bühne gehen ich wünsche euch viel spaß und erfolg mit den nächsten challenges und wenn ich das video gefallen hat oder geholfen hat lasst gerne ein like da und freue mich über jedes abo